der neue jetzt ich glaube auch der spaßigste es kommt drauf an er ist der prior ist ja eigentlich ist er einer der nervigsten ganz ehrlich zu sein der prior ja das immer noch einer der ne 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 ich meine ich meine den san und den prior kann man noch irgendwie predikten weil er irgendwie noch so relativ straight forward ist aber der hier mit dem kann man gut beten weil dieses dieses unblockable light und unblockable heavy art wisst ihr ja ich liebe charakter die dflat intern sozusagen ja sowieso beste dflat für mich persönlich bleibt shinobi das ist für mich der beste ehrlich ich finde es ist gerade ja zu einkrieg ich wollte schon sagen ich wollte schon sagen ich hätte schämen gesagt und ich hätte euch gebehindert gemacht scheiße ich muss mich jetzt erstmal wegkriegen es ist geil dass du bist auch noch so schlau mhm du wirst ja bin hier sterben ja ich will an dem gegner hier sterben wahrscheinlich hier ja was du bleib bei mir ich will an euch nicht ok die holen sich punkte bei beiden spots ja mal schmerz ich muss einfach zu a gehen ja mal schmerz ich muss einfach zu a gehen oh ich geh mit dir zu a digger ich bin so mies lau aber ich kann mehr dort sofort als gegen drei dahinten zu kassen gerade ja ne ich weiß ich weiß ach so du bist zu low ja ja ich bin nie slow gerade es leckt aber auch wahr das kriegt er auch noch nicht so ziel das kriegt er auch noch nicht so ziel los es leckt schon ne ja ne alle low bei den drei ne die hast du so du hast ja immer noch gekämpft dahinten als kalt scheiße mann ja alle waren low ein hat hin krass bis dort als nirr die waren ein bisschen mehr krass digi echt krass alter das 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 war echt sick von mir dann gehen wir mal ein bisschen mit singeln alter komm ich mal gegen diese laggy valkyrie krass 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 ich bin nicht einer die der typischen kensel ich sie nur light spammt aber was denkt ihr von mir alter krass ich krieg halt bei den gaben nicht mehr das ist so ein bisschen krass 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 Na schade, der hat es nicht durchgehen lassen. Ja, ich war mir jetzt alles gut. Ich hab was pariert eigentlich weg, ja. Ich komm, brauch ich euch helfen komm? Nee, ich bin weggekommen. Ja, fuck, Alter. Ja, wir sind einfach, da kann ich eh nix. Nee, du brauchst gar nicht hingehen eigentlich, Mann. Ja, ich komm auch nicht. Ich geh wieder hoch zu A. Obwohl ich nicht fight hier mit der Mitte aneim ging. Schön. Und Goliath. Der Berserker. Aber ohne Witz war er Bock viel mehr, weil ich hab da immer nur alleine gespielt so. Mhm. Weil Dressian nie umgekommen ist. Ja, Digga, die das um Blast zu bütteln, die machen das ja wie bei den Raiders mittlerweile. Okay. Okay. Okay, ich komm zu A jetzt direkt. Ja, wird eingenommen. Und dann gibt's tot. Das Leben ist halt noch ein. Ja, schon mal B. Ich komm direkt zu A. Wenn du durchhältst, ne? Wenn du durchhältst, ne? Ah, Mail kommt schon. Das ist gut. Das war ja eigentlich easy gerade, Mann. Das ist nur so schlecht einfach. Also dafür, dass die neuen Helden spielen am Anfang. Ja. 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 Das ist da, dass wir geben. Ich hab' einfach noch voll zur Verwölschung oder mögliche wollen. Ich hab' ich nicht gehört. Ja. Wie soll ich kein Unbekommen? Ich ja nicht. Ich kann immer noch so viele Leute noch Minions und ich bekomme aber kein Unbekommen. das ist das finde ich schon madig ich liebe kein Zölf ich habe in der Ewigkeit nicht mehr gezockt das war der erste Hero und einer der extrem wenigsten Hero beziehungsweise nur mit Thailänder wo ich mir zwei Helmschmücke gekauft habe beziehungsweise zwei Monturen gekauft habe eine Maskenmontur und eine Montur eben halt wegen dem Helmschmuck da zieht eigentlich direkt so wow das ist überhaupt wie läuft ja das ist zweimalisch nein ich weiß gar nicht Bosse ich brauche echt diese neue Künstler-Signation und ich bin ich bin wir sind